So, Frau Lefer-Hadenbeck. Als erstes müssen wir Ihnen mal ein bisschen Blut abnehmen. Wie bitte? Lassen Sie schon mal einen Arm frei. Nein. Was heißt hier nein? Beim Blut abnehmen ist das immer so ein schrecklicher Schmerz. Das ist doch nicht so schlimm. Oh doch. Erst der spitze und ziehende Einstichschmerz. Und dann, wenn das Blut in die Kanile fließt, ein endloser dumpfer Druckschmerz. Das halte ich einfach nicht aus. Sie wünschen eine Blutabnahme unter Narkose. Genau. Und ich habe mich doch schon erkundigt. Und danach lasse ich mich einfach mit dem Krankentransport nach Hause kutschieren. Schließlich war ich noch nie richtig krank und ich zahle Monat für Monat horrende Summen. Im Kino nebenan läuft gerade The Women. Und im Saal daneben läuft gerade The Fast and the Furious. Also eigentlich war das ja eh ein Scheißstück, oder? Ne? Na komm. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020